Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier natürlich mal wieder der LensTV und unser SK Sturm. Ja, unser SK Sturm. Viel gibt es nicht mehr zu sagen. 0-4 beim Lask verloren. Das Hardburg-Spiel war also mal definitiv eine Eintagsfliege. Sehr, sehr schade, denn man hat schon noch dem Hardburg-Spiel. Also ich für meinen Bereich habe schon gedacht, okay, man kann zumindest mit einer vernünftigen Leistung gegen den Lask jetzt rechnen, aber chancenlos. Chancenlos von Anfang bis Ende in Wirklichkeit wieder ganz, ganz schwaches Spiel. Auch das Rausnehmen von Spendloff hat leider keine Stabilität gebracht. Das soll jetzt nicht heißen, dass Spendloff jetzt wieder sofort in den Kader zurück muss, aber ja, man hat einfach gesehen, dass das im Großen und Ganzen, dass es immer noch wie Tag und Nacht ist, wenn man jetzt den Lask mit Sturm vergleicht. Klar, die Linzer haben schon eine andere Saison bis jetzt gehabt als wir, aber trotzdem. Das ist im Moment einfach nicht Bundesliga-tauglich oder schaut zumindest nicht sehr Bundesliga-tauglich aus. Also das Beste ist aktuell wirklich, dass man den sechsten Platz nicht mehr verlieren kann. Ja, von Europa reden wir da gar nicht erst. Auch das Spiel, ja, es war eigentlich schon relativ früh entschieden, würde ich mal sagen, gefühlt. Also gehen wir es wirklich nur kurz durch. Achte Minute, 1-0 für den Lask durch Michal. Die setzen sich über die linke Seite durch. Sarkic, eine Vorgabe in dieser Partie, der war an allen Ecken und Enden irgendwo immer fehl am Platz, hatte ich das Gefühl, speziell in der Defensive. Ja, der steht da einfach schlecht, kommt eben zu seinem Gegenspieler nicht, die Flanke kommt rein. Hierländer ist es, glaube ich, der den Ball irgendwie so vor der Linie erst noch klärt und dann, ja, vor die Füße von Michal eben der Ball und dann steht es 1-0. In weiterer Folge von Sturm nichts zu sehen. Da Lars spielt immer wieder nach vor, zieht sein Spiel einfach durch, macht dann auch das 2-0, hat erst dann, glaube ich, 23. einen Distanzschuss. Keine Ahnung mehr, wer geschossen hat, auf jeden Fall Teigl, keine Ahnung, der Ex-Rieder auf jeden Fall. Und Siebenhandel pariert den, danach gibt es die Ecke. Ja, und dann irgendwie ein Gemudel und auf jeden Fall Frieser am Schluss haut ihn rein. Genau, da wurde der erste Schuss oder der erste Kopfball, glaube ich, noch abgewehrt von Siebenhandel nach der Ecke eben. Und dann ist Frieser eben, steht dann richtig, macht das 2-0 für den Lask. Die machen dann auch noch das dritte Tor durch Balic. Den haben sie, glaube ich, im Winter von St. Pölten verpflichtet. Habe das Tor nicht mal mehr im Kopf. So schnell geht das mit dem Verdrängen. Auf jeden Fall Balic, ja, mit dem 3-0. Genau, kurzer Nachtrag zum dritten Tor, hätte ich fast vergessen. Der Lars bekommt einen Einwurf weit in den 16er. Drei, vier Sturmkicker gehen zum Kopfball, keiner kommt ran und Balic kriegt den Ball für die Füße und haut ihn rein. Also das jetzt auch noch kurz an der Stelle erwähnt. Und von Sturm kam eigentlich nichts. Ich glaube nicht, dass wir wirklich, vielleicht hatten wir einen Torschuss im ersten Durchgang, aber ich glaube nicht, dass wir in der ersten Halbzeit wirklich eine Torchance hatten. In der zweiten Hälfte gab es dann so ganz dezentes Aufbomben, kann man es auch nicht nennen, weil die ersten Minuten war auch der Lask wieder aktiver. Aber man hat den Lask bisschen vom Tor dann wegbekommen, selber nicht mehr Ansätze von Gefahr, ist auch zu viel gesagt. Balai hat mal ein Schüsschen abgegeben, der ging daneben. Die beste Möglichkeit hatte dann Despodov. Ich glaube, nach 52 Minuten, der ist dann allein aufs Tor zugelaufen, scheitert an Schlager, ganz, ganz erbärmlich. Ja, in Wirklichkeit ist es dann nur mehr drum gegangen, wie viele Tore das der Lask dann noch macht. Die hatten dann hier und da Torschüsse. Ich will sie, wie gesagt, nicht aufzählen, ihr seid mir da nicht böse. Von Sturm gab es dann einen Alukracher. Laut Sky war es von Lubitsch. Ich biete mir ein, das war der damals der eingewechselte Trummer. Der kam ins Spiel und ich glaube, Trummer hat geschossen, aber nagelt mich da nicht drauf fest. Auf jeden Fall Sturm. Nach einer Ecke eben kommt zum Abschluss und der Ball breit ans Aluminium und wieder zurück. Und weil es ja so super war, die ganze Partie fressen wir in der Nachspielzeit auch noch ein sehr, sehr schönes Zaubertor, wie eigentlich jede Partie fast. Also das wird auch schon gewohnte Tradition. Sehr, sehr geil. Schau, Klaus eingewechselt. Der trifft gegen uns auch fast immer. Mit einem Fallrückzieher auch nach einer Ecke. Ich glaube, drei der vier Tore, der vier Gegentore waren nach Eckbällen. Und ja, schöner Fallrückzieher. Aflonitis steht blöd, aber ja, ist auch egal in Wirklichkeit gewesen. Also da Lars ganz, ganz lockeres 4-0. Ja, die haben das Spiel von Anfang bis Ende kontrolliert. Wir konnten uns maximal insoweit 20 Minuten vielleicht befreien, dass wir den Gegner den Ball vom, also den Gegner von unserem Tor wegbekommen haben. Aber ansonsten war das alles eine Mickey-Maus-Partie. Ich bin maßlos enttäuscht von der ganzen Mannschaft. Über den Trainer brauchten wir nicht reden. Ein bisschen leid tut mir da Nikon Elmer-Hestlos oder Co-Trainer, der steht dann auch da wie so ein Häufchen elend. Aber was soll er denn machen? Das Konzept wird natürlich 1-1 vom Bruder übernommen. Sturm spielt zur Zeit einfach keinen Fußball. Das ist im Moment ja schon sehr, sehr unterirdisch. Und das kann einmal passieren. Man kann ja auch einen schlechten Tag haben. Wir sind alle nur Menschen. Aber wenn das jetzt wirklich zur Regelmäßigkeit wird, dass man vorne keine Tore macht oder wenig, das ist man ja schon gewohnt über die Saison. Man weiß um die Spielanlage bei uns an Schwarzen. Aber dass man jetzt hinten auch noch so viele kassiert, sorry, das ist jetzt irgendwo zu viel. Also deswegen, keine Ahnung, was gemacht wird. Mir ist es auch egal, ob El Maestro am Saisonende fliegt oder jetzt schon. Ich glaube, das ganze Konzept ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Sorry, aber es ist ja nicht umsonst, dass jetzt der WRC, Lars, dass alle Offensivspielen. Nur wir stellen uns wie ein Steinzeitalter, weil das hat ja unter Franco Foda vor einigen Jahren super funktioniert. Deswegen stellen wir uns hinten rein. Und so defensiv waren wir nicht mal unter dem Lord mit der Doppelsex. Das nur mal an der Stelle auch erwähnt. Also ja, ich habe da leider nichts Positives für euch. Es tut mir leid. Der nächste Gegner ist wieder der Last. Diesmal dann in Graz. Erwarten tue ich mir da gar nichts. Ja, die Mannschaft hat erstmal verkackt, sage ich mal so. Wenn man es gescheit anstellt auf Sturmseite. Ich kann da dem Herrn Schicker nur raten, wirklich da Druck zu machen. Die Jungen müssen jetzt eingesetzt werden. Vergesst den Europa Cup. Da hat die Mannschaft nie in 100 Jahren irgendwas verloren. Denn ich habe auch keine Lust an das nächste Jahr dann, wenn wir quasi spielen sollten, ja, dann wieder gegen irgendwelche Gegner wie Lanaka oder Auges und dann rauszufliegen. Kein Bock drauf. Deswegen, ja, vergesst Europa. Schaut, dass ihr eine junge, stabile Mannschaft hinbekommt. Überlegt euch bitte ein spielerisches Konzept, das zeitgemäß ist und das nicht da beinhaltet, sich 90 Minuten hinten rein zu stellen und zu verstecken, weil nach vorne hatten wir ohnehin keinen Plan. Kitajspiel ist ein super Beispiel. Jedes Mal, wenn er den Ball bekommen hat, wurde er gedoppelt und umgesenzt. Also der tut mir auch leid, denn der wird nur mehr niedergemetzelt. Und ansonsten gibt es in der Kreativitätsabteilung keinen bei uns, der ansatzweise was zeigt. Auch Leid gibt diesmal weg vom Fenster, aber den nehme ich da einfach pauschal so mit den anderen in einen Topf, weil, ja, es war einfach eine standardmäßig schwache Leistung und irgendwann reicht es da einfach. Und, ja, das ist einfach nicht der Esker Sturm, den, glaube ich, irgendjemand in Gart sehen will. Maximal die Roten freuen sich drüber. Also von dem, ja, muss sich da schleunigst einiges ändern. Verzichtet auf die Namen. Es ist scheißegal, wie der Spieler heißt. Wenn er die Leistung nicht bringt, weg mit ihm im Sommer. Fertig. So. Soviel eben diesmal dazu, zur gestrigen Partie. Ihr schreibt natürlich, da bin ich wirklich sehr gespannt in die Kommentare, was ihr zu der Partie gestern sagt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen, aber so, ja, sind das nicht die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.